Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. Yes! Wir trinken mal was. Zur Feier des Tages. Ich muss einmal auf die Uhr schauen. Ja, bis auf Proteine. Also wir bräuchten jetzt echt einmal ein schönes Stückchen Fleisch. Bist du denn jetzt endlich mal fertig getrocknet? Ja Gott sei Dank. Mahlzeit. Was? Nur 10 Proteine? Gibt es ein Stückchen Fleisch? Wir müssen ja den ganzen Urwald zerstören. Das war nix. Schau mal. Das ist ein ganzes Stück Fleisch. Also das ist übertrieben. Das ist echt übertrieben. So viel kannst du gar nicht fressen. Puh. Da müsstest du ja wirklich schauen, dass du irgendwie ein Maschinengewehr bekommst. Und müsstest das Bein hart, müsstest das Bein hart den ganzen Urwald abschlachten. Jetzt ist halt auch die Frage, ob man Menschenfleisch... Nein, passt schon. Ich hab nix gesagt. Wir sind nicht bei The Forest. So. Außerdem ist es dort auch nicht gesund. Ich möchte bauen einen Dingsbums für Sticks. Für kleine Sticks. Also das geht nur nicht... Weil ich das dort kaputt machen müsste. Oder generell, weil da was wächst. Kaputt machen kann man es nicht, ne? Doch, kann man. Sehr gut. Was hab ich da jetzt da zusammengeschlagen? Irgendwas war da. Kleiner Blätterhaufen. So. Jetzt müsste es klappen, oder wie? Oh, da ist viel zu viel Platz. Warte mal. Da könnte man das Lager machen mit die langen. So, vielleicht. So, das könnte schon passen, oder? So, und so sind wir fast rundum gesichert. Und da vorne noch, so im Eck hier, mit Holzscheit. Es gibt doch nichts. Alter. So. Das ist ihr Lieb, oder? Ich glaube, das passt schon gar nicht so schlecht. So. Essen. Wir haben nichts mehr, okay? Wir bräuchten auch Holz. Holzi, holzi, holz. Das wird sich anbieten hier. Oh, die ist hinwohren. Okay. Ich glaube, ich sollte auch mal ein Feuerchen wieder machen. Für unsere Psyche wäre das super. Benutzen. So. Kochen können wir halt leider nichts. Wenn wir noch nichts haben. Oh, wir haben Egel. Der muss weg. Hier haben wir einige Egel. So. Jetzt hier haben wir nichts. Okay. Passt. Bisschen Zeit am Feuer verbringen. Hinsetzen können wir uns, glaube ich, nicht. Nein. Wir können auch nicht diese Larven essen hier. Kann das sein? Obwohl. Achso, die habe ich falsch platziert. Aha. Jetzt wird was draus. Okay. Nee. Am Feuer plus zwei Gesundheit. Dann bauen wir die Sachen da noch fertig. Dann haben wir hier eigentlich recht. Gute Wand. Und dann sind wir hier eigentlich schon fast sicher. So. Das tun wir mal essen. Die tun wir auch essen. Passt. Haben wir noch was zu trinken? Ja. Sehr gut. Okidoki. Der trocknet vor sich hin. Passt. Holzi, holzi, holz war, glaube ich, das Thema. Ach ja, ich habe keine... Genau. Ich habe keine Axt mehr. Nehmen. Oh. Dann hier. Zack. Nanu. Hä? Ich will gerne nehmen. Jetzt müsste es gehen. Ähm. Ähm. Das hier. Und... Ein Steinchen. Genau. So ist fein. Genau. Was war das jetzt bitte für ein Geräusch? Das hat sich jetzt angehört wie so ein Weinen. Fuh. So, ich glaube, hier war man. Ist der jetzt da kaputt? Na. Jetzt da. Baum fällt. Oh, das war jetzt ein Holzscheitner. Upsi. Zack. Wegschmeißen. Die Liane nehmen wir mit. Den kleinen Stock, den nehmen wir mit. Den Stock, wenn er geht. Nein, geht nicht mehr. Aber hier diesen langen. Genau. Und den wollen wir hier hin bauen. Shut up. Shut up. Shut up. Und ich habe noch nicht verloren. Wir drehen durch. Wir drehen durch. Hurra, hurra, hurra. Wir drehen durch. So. So. Dann würde ich sagen... Alter, ist schon fein. Hey. So ein Schreihals. Ähm. Unbekannte Frucht. Genau. Die wollte ich... Sollte ich nicht essen. Die haben jetzt nur so wieder mitgenommen. Herstellen. Was könnte man damit herstellen? Unbekannte Frucht. Hm. Gar nichts eigentlich, ne? Ein Palmenblatt. Vielleicht, wenn das lange genug am Boden liegt. Dachte ich mir schon. Vielleicht wird das eines Tages dann auch vertrocknen. Den können wir auch zusammenschlagen. Ah, ich bin schon wieder voll fertig, ne? Ja. Ist schon wieder vorbei für heute. Der hält so viel aus. So. Einmal trinken. Einmal sammeln. Einmal... Einmal... Ähm... Essen. Und nochmal. So. Die Kokosnüsse können mal da bleiben. Dann machen wir halt wieder ein Schläfchen. Der ist so... Puh. Ich hoffe, dass das später mal ein bisschen länger aushält mit dem Schlafen. Ja, das ist schon echt ein bisschen übel, muss ich sagen. So. Und gleich nochmal. Damit es wieder dark ist, also hell ist. Das ist echt übel. Und jetzt ist genug mit Schlafen, du fauler Sack. Schlechtes Wetter kommt auch wieder, Gott sei Dank. So. Palmenblatt nach wie vor. Vielleicht kann das auch gar nicht vertrocknen, ich weiß es nicht. Das war nur so ein Gedanke von mir. So. Jetzt soll ich ein kleines Stück zurückgehen. Ja, ich glaube, das schaut besser aus. Zack. Zack. Sehr fein. Wumms. Die Bäume fallen auf jeden Fall gleich wie bei der Forest. Das ist auf alle Fälle mal... Also das fällt einmal auf. So, wusch. So, beim Vorbeigehen aufgesammelt. Ein trockenes Blatt. Bitteschön, nehmen wir gerne mit. Super. Ja, 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 ja. So, wo sind jetzt die Langen? Da. Da haben wir einen Langen. Eine Liane. Da müsste noch irgendwo einen langen Stab... Da ist er. Stab. Langer Stock. Müsste es geben, wollte ich sagen. So. Und zack, zack. Und zack. Sehr gut. Halterung für langer Stock. Hervorragend. Zwei Egel haben wir schon wieder. Ähm, die müssen weg. Natürlich am Bein irgendwo. Da ist nix. Das heißt, dieses Bein. Zack und zack. Sehr gut. Na komm. So. Jetzt da. Meines Denkens, das soll eigentlich hell werden, ne? Das schaut trotzdem noch immer so dunkel aus. Ich kann übrigens vom Spiel her das Ganze nicht länger... Also nicht heller machen. Tut mir sehr leid. Ich drehe durch, ich drehe durch, ich drehe durch, lalala. Ich drehe durch. Was brauchen wir eigentlich? Außer... Okay. Zack. Na, trifft was. Ähm, wir trinken was und wir essen was. Ähm, sammeln. Ich bräuchte unbedingt tierisches, tierische Erzeugnisse. Ähm, trinken, 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 trinken. Passt. Und hier werde ich mal probieren, ob man sowas braten kann, tatsächlich. Ähm, dann würde sich jetzt ja ein Feuerchen anbieten. Nein, hier. Benutzen. Und anzünden. Die unbekannte Frucht scheint das da nicht zu jucken. Vielleicht ist dieses Ding hier auch ein Wasser-Auffang-Dingens. Keine Ahnung. So, wir brauchen Steine. Wir brauchen lange Äste. Also, Stöckchen. Ich würde sagen, wir fällen den Baum hier wieder. Oh, ich sehe Früchtchen. So. Immer fester drauf. Keine Energie mehr, Gott sei Dank. Wow. Du kann. Ah. Wir haben wieder Fleisch bekommen. So, dringend Obst essen. So. Jetzt müsste ich... Wir könnten mal versuchen zu jagen. Wir könnten ja wirklich mal versuchen zu jagen. Super. Super. Das hat man hingehauen. Der braucht heute ziemlich lang beim Zerteilen. Das waren schon wieder Ureinwohner, oder? So. Wie schaut es eigentlich jetzt aus mit unserem Baum, den wir da fällen wollten? Haben wir es geschafft? Ich weiß nicht einmal mehr, wo der war. So. Zack. Zack. Und geht schon weiter. Meine Energie ist so lahm. So lahm. Meine Energie ist so lahm, lahm, lahm. So. Halt, da war noch einer. Sehr gut. Tapp, 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 tapp. Schnell zurück. Haben wir Wasser? Nein, ist alles leer. So. Zack, zack. Ja. Ich kann's. Ja. Gleichfalls. Ähm. Wir könnten jetzt probieren. Essen. Essen. Ich würde es jetzt mal zerstören, glaube ich, weil das bringt sich gar nichts. Und hier ein Stück Fleisch. Klappt das? Eher so, ne? Jawohl. Das klappt. So. So weit, so gut schon mal. Gru, 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 gru. Ja, gru, gru. So, Stöckchen mitnehmen. Lianen mitnehmen. Was haben wir noch? Noch mehr Lianen, glaube ich. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. 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 So. Dann würde ich sagen, weiter Baum fällen. So. Ja, ja. Ach komm, jetzt ist die Jagd schon wieder hin. Das ist unglaublich. Das ist einfach frech. Die Sachen werden so schnell hin. Das ist eingefräht. La, 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 la. So. Ist sie ausgerüstet? Yes. Zack. Zack. Schnaufe, schnauf, schnauf. Und zack. Ui. Eintrag Bogen. Ja, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Da. Nein. Ja. Genau. Zack, 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 zack. Und dann werden wir uns gleich wieder hinlegen. Ein bisschen. Oder noch nicht? Ja, wir sehen. Ja, eine Runde müsste noch gehen. Ein Bäumchen müsste man noch fällen. Dann würde es, dann hätten wir das hier halt auch schon fertig. Das wäre super. Jetzt gehen wir mal was saufen. Auf euer Wohl. Zack, 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 zack. Sehr gut. Ähm, wie schaut's, das muss ich kurz schauen. Wir haben zwei Stück Fleisch gegessen, oder? Nein, wir haben es nur gebraten, noch nicht gegessen. Genau. Ähm. Es ist roh. Ähm. Es ist roh. Aber das Tom ist fertig geworden, oder? Genau. Das tun wir gleich mal verknuspern. Zwölf Proteine und zehn Energie. Ähm. Warte. Falscher Knopf. Ähm. Hier. Ein kleines bisschen. Viel hat es nicht gebracht. Aber dafür haben wir keinen Wassermangel. Das ist ja auch was. Gut. Wird das jetzt trocken? Vielleicht gibt's auch eine Station, wo man Blätter trocknen kann. Das wäre supi. Supi Geilu. So. Halt, was haben wir da? Normale Stöckchen, gell? Normale Stöckchen. Glaub, da kann man den noch fällen. Zack. Zack. Wirst du halt immer warten, ne? Bis die Energie da ist, weil der Schuss sehr müde wird. Ich wollte einfach noch in dem Part diese Halterung da fertig bauen. Jawohl. Zack. Holzscheit eins. Und. Nur ein Holzscheit? Echt? Okay. Nehmen wir das mal mit. Und dann gehen wir schlafen. Oder? Schafft er es noch. So. Rein hier. Zurück nochmal. Haben wir noch was zum Futtern? Nö. Eine Kröte? Na, die tue ich nix weh. Kröten sind süß. Da. Ich hätte gerne Mäuse in der Nachbarschaft. Wir haben eine tote Maus haben wir gefunden. Die ist halt tot gewesen, leider. Halt! Da ist ein Na. Stopp. Ich dachte, das wäre ein langer Stecken gewesen. Aber das ist nur ein normaler Stock. Leider. Ah, da haben wir was wieder für uns. Sammeln. Sehr gut. Sag bloß, es sind hier keine langen... Oh, ich bin müde. Okay, das habe ich jetzt wieder übertrieben. Schlecht. Ich habe halt wirklich gedacht, das klappt. Da muss der halt noch dran glauben. Ich hoffe, das geht sich aus. So. Jawohl, der ist hin. Es ist immer so... Es ist immer so undurchsichtig, wo das Ganze hinfällt. Da. Nein, den. Genau. So. Jetzt dachte ich schon, da ist was gestorben. Ah, wir haben wieder Hühnchenfleisch bekommen. Oh je. Oh je. Oh je. Da sitzen zwei Ureinwohner drin in unserem Lager. Das ist jetzt gar nicht gut. Was können wir jetzt bauen? Pfeil und Bogen wäre super. Damit ich die Deppen abknallen kann. Was? Ach, der ist schon wieder so müde, dieser Depp. Hallo, würdest du jetzt das Buch bitte benutzen? Bogen, langer Stock und Seil. Ist logisch, ne? Also bauen. Mann, ey, dann schlafst halt ne Runde. So. Also. Langer Stock. Und Seil. Ein Bogen. Gut. Wir hauen... Ich würde sagen, den tun wir weg. Zerstören. Der Bogen kommt hier rein. Dann, was war noch? Was konnten wir noch bauen? Eine Axt, Stock, Stein, Klinge, Seil. Okay. Bauen. Also. Na, Kohle brauche ich nicht. Ich brauche Stein. Einmal. Stein. Zweimal. Herstellen. So. Dann. Ah, da haben wir noch einen Platz. Das ist super. Herstellen. Ähm, wie war das jetzt? Stock. 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 Seil. Und. Das hier, ne? Die Axt, genau. Herstellen. Die können wir zerstören. Die Steinachst. Und hier haben wir, glaube ich, jetzt die bessere, ne? So. Ich hoffe, dass die mehr Stammage macht. Ähm. Gut. Einen Egel haben wir da. Der muss natürlich weg. Anderes Bein. Hä? Wo ist der Egel? Ah, hier. So. Ich habe noch nie mit dem Bogen geschossen. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Herrschaften noch da sind. Ja, jetzt schläft er wieder ein, weil er doof ist. Der macht mich fertig, der Mensch. Geh weg. Natürlich sind sie noch da. Ich habe auch kein. Okay, man darf. Ich habe nicht so viel Energie. Das ist lästig. Echt? Hoppala, falsche Taste. Was? Wir bräuchten ein Pad. Ich muss wieder was bauen. Ähm. Da gab es ja dieses Blätterbett. Balmblatt. Ähm. Hä? Hä? Ähm. Ähm. Okay, ich sollte hier Platz schaffen. Ähm. Ausrüsten. Jetzt hat die Frage, ob man schlafen kann. Dann will ich gleich wieder zusammenbrechen. So, ob es jetzt geht. Ähm. Halt, da war es gerade kurzzeitig weiß. Halt, da war es gerade kurzzeitig weiß. Äh. 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 Da war es doch gerade weiß. Da war es doch gerade weiß. Das kann nicht sein, dass das jetzt immer nicht geht hier. Vorher war es ja auch gelb. Äh. 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 Ich werde gleich wieder umfallen. Da habe ich eh keine Chance. Ich habe auch nichts mehr zum Essen, glaube ich, weil das ist alles im... Das Fleisch. Ja. Haha. Ich werde gleich umfallen wieder. Und dann hoffe ich, dass wir es noch schaffen in dem Part, die beiden da umzuhauen, weil ich muss da jetzt hin. Ich kann es sonst nicht speichern. Und das eine Bett hier muss ich irgendwann mal fertig bauen. Oh Gott, das ist echt. Ich kann nicht mehr versuchen. Bin ich jetzt voll konzentriert? Komm, du scheiß Priegel. Die Energie ist so zum Spein. Okay. 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 Alter. Alter. Drei sind es. Okay, da habe ich keine Chance. Da habe ich keine Chance. Okay, nicht einmal ein Pfeil, nicht einmal ein Pfeil kann die töten. Okay, ich glaube, wir lassen es gut sein für heute. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.